Wir bauen jetzt auf, beziehungsweise mein Digger baut jetzt auf. Ich habe gerade das Internetkabel angeschlossen, damit die Playstation mit dem Internet angeschlossen ist. Jetzt füge ich das HDMI-Kabel von Fernsehen zur Playstation und hoffe natürlich, dass das dann geht. Natürlich ist er auch von nöten, dass man sein Stromkabel hat. Jupp, so ist es. Ach, da ist natürlich dieses schöne, quirlige Zeug hier, das Ideale für den Jens. Nun mach es nicht so spannend. Ich zerfließe schon vor Schweiß. Und ich dachte, das ist das Neugeruch, aber das bin ich ja. Du sollst nicht mehr so hart zu dir sein. Und denk dran, das HDMI-Kabel sachte rein. Also nicht Woscha, Karawamba. Genau. Pass ja auf meine Playstation auf. Jetzt füge ich nach dem abgeschlossenen HDMI-Anfluss, füge ich das Stromkabel in die Playstation ein. Okay, Sexualkunde? Ja, bei Jens. Sponsor bei Jens. So, da kippe ich mein Liebling wieder nach vorne. Jetzt gucke ich, wo die... Ja, mein Bübü, ich mach dich ja gleich mal. Sei nicht so aufgeregt. Ja, sei nicht so aufgeregt. Jetzt habe ich wirklich ein frem Steckeli. Das Steckeli. So. Jetzt musst du noch die Cam anmachen. Die Cam? The Cam. Oh, what? The Handyman Cam. The Handyman Cam. Cam Cam. Ich mag immer diese verknutschten Dinger hier, die so eine Funktion haben wie beim Korkenzieher. Da wird auch schon recht lang das Kabel da, oder? Sehr großzügig strukturiert. Ist da eigentlich kein Ständer mit bei gewesen? Nein. What? Den muss man separat kaufen. Ach, den muss man separat dazu kaufen? Ich hab's mindestens gerissen. Boah. Hier, machen wir das. Holy shit. Ich hoffe natürlich, dass sie auch stehen bleibt. Das habe ich natürlich keinen guten. Oder stell sie erst mal vor dem Fernseher. Gucken, ob das geht. Zuerst mal. So. So. Dann brauchst du deinen... Ich weiß nicht. Hier wohnen auch Chaoten. Genauso wie bei uns. Hier kann man arbeiten. Du musst rausgehen. Du musst den Controller und so auch noch anstecken. Über USB. Über der USB-Code. USB-Code. Ach, dieses ist eine neue Ära. Und ich hab dieses in der Hand. Der lieber Homie wird es einem Morgen nachher... oder spätestens eigentlich nicht spätestens. Er wird sie anschließen. Ja, nachher irgendwann mal, wenn ich irgendwann dieses Jahr nach Hause komme. Genau. Und dann wird er genauso wenig glücklich sein über die Sache, die er da im Zimmer hat. Und das kann ich dir nicht verübeln haben. So, die machen wir dann hier in einem USB-Anschluss. Wenn ich ihn jetzt für mich da habe. Ja, es sind keine Haare dran, ne? Kletter-Scherz am Rande. Herz gisshaft. So, jetzt machst du das richtige Programmchen noch an. Und dann... So, das ist der. So, wo war jetzt der Startknopf? Da musst du mir nochmal helfen. Das ist oben. Hier? Ne, war in die Mitte mehr. So, und der darüber, genau. Guck mal. So, der erste Start. Ein wahrer geborener Traum. Wird sie funktionieren? Wird sie uns erkennen? Sie wird versuchen. Ja, da ist doch was auf dem falschen HDMI. Den falschen Kanal. Ja, da sieht man zum ersten Mal jetzt eine kurze Anleitung. Wir sollen den Controller anschließen, oder wie man den Controller anschließt, über USB. Und wenn Aktivitäten vorhanden, wenn man noch was machen möchte, soll man den Home-Button drücken. So gelangt man dann in das Hauptgenü. Ja, dann nimm mal die Hand und... Der lädt ja noch. Der lädt nicht, du sollst ja drücken. Ach so. Das muss man mir natürlich nicht sagen. So, dann wird jetzt eine Netzwerkverbindung versucht aufzubauen. Oder wird jetzt mal geprüft, die IP-Adresse wird aufgerufen. So, wir nennen natürlich ein WLAN-Kabel. Das haben wir schon angeschlossen. Ja, das geht gerade nicht. Hast du es nicht richtig? Ach, da ist die Cam hier zum Beispiel. Oh. Ja, hallo. Also man sieht es auf jeden Fall. Ich kann erst mal. Gehen wir mal auf weiter. Dann haben wir jetzt die Uhrzeit. Ja, mit der Internetmusik nochmal. Da musst du gleich nochmal prüfen gehen. Gerag prüfen. Nee, wir sind bei Plus 1. Glaube ich. Irgendwo da. Da. Da, Berlin. So, heute haben wir den... Ja, den Release. 29.11.2013. So, was haben wir hier? Stellen Sie es jetzt ein... Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Medienwiedergabe nach 4 Stunden. Allgemeine Spiele nach 20 Minuten. Ach, lassen wir erst mal so. Ja, das ist ja erst mal so nicht wichtig. Stromversorgung über USB-Port. ja natürlich muss hochgehen mit dem internet verbinden wir kannst ja auch noch mal machen oder einschalten der ps4 aus dem netzwerk aktivieren so wenn du das machen willst einfach mal gucken so wie sind die agps kann man sich durch durchlesen aber denke mal das muss man ja also die bauarbeiter gehen mir völlig auf die nerven mit dem gehämmer passiert die einrichtung soll ich euch beide alleine lassen ja ich habe gerade bemerkt dass das unter uns machen unten schrank sehr schön ja jetzt musste irgendwie mal gucken gegen die patch musste ja der download der patch da musst du gucken was noch mal mit dem internet los ist live von der playstation dann muss ich wahrscheinlich mich erst mal anmelden freuen habe ich keine ich das kenne genau einstellung und irgendwo da unten müsste irgendwas mit netzwerk genau netzwerk system ist auf der update hat er dann gesagt ach so nee du hast ja noch kein internet ja und dann muss jetzt noch mal gucken wieder an machen und den verbindungsstatus anzeigen mal oder unter der verbindung ja auch ganz immer testen ihr internet wurde gerade abgelehnt schließt ein lagerkabel dann hast du es noch angeschlossen oder ist kaputt oder nicht richtig drin ich muss mal ruhig allein lassen vielleicht was auch ein fehler meinerseits aber ich denke natürlich das kann ich nicht sein ach war nicht richtig drin das ist wieder du warst wieder viel zu zärtlich warst du ja ich muss ja das ist ein ganz anderer start bitte erfolgreich erfolgreich alles erfolgreich wir sind nur noch erfolgreich software update 151 verfügbar das wären wir natürlich jetzt zwecks halber ja das auch empfehlenswert ist dann immer ruft da das wird wahrscheinlich nicht so lange zu 300 megabyte oder so aber du hast ja kabel deutschland ja sind doch jetzt vodafone aber ich bin ja da bin ich immer noch nicht schlüssig weil komischerweise sind immer noch kabel deutschland leute und bieten irgendwelche sachen eigentlich müssen es ja vodafone leute sein aber gut deswegen sind wir nicht hier wir interessieren uns für die neue ere der konsolen so ist es unser schätzchen und natürlich geht das relativ schnell da ja noch nicht so überlastet ist das ist ja gerade mal frisch am morgen doch die sind überlassen wenn ich zu hause bin aber ich denke selbst da nicht oder sagen wir mal so ich hoffe ich auch weil ich kenne dich wie du bist ja ich bin ein sehr ungeduldiger mensch ich habe jetzt seit der e3 darauf gewartet dass dieses gerät endlich mal auf markt kommt jetzt ist es da und jetzt will ich auch loslegen und homie sei mal ruhig das ist natürlich doof ich wollte jetzt noch mal ein bisschen demonstrieren dass sie wirklich leise ist aber selbst wenn draußen irgendwie fahrzeuge fahren hört man relativ gut eigentlich dass das leise ist ich höre sie gar nicht da kann man jeden fuchs hören da muss ich ja jetzt leise furzen ja das muss dann auf das renunzieren ja noch aber homie du hast gesehen die playstation 4 ist nicht defekt sie funktioniert sie hat das was alle befürchtet haben überstanden ja jetzt muss nur noch ich zittern ja das aber ich denke mal das liegt an den verpackern wie sie mit den konsolen umgehen wenn sie natürlich wie so ein mammut da buchstabieren oder hinlegen dann ist das klar dass manche konsolen kaputt sind und ich weiß ja homie wie du deine konsolen du willst ja nicht mal anhören wenn du irgendwo nach hause gehst soll sie in deiner hand schweben ja natürlich vom wind getragen ja sie soll vom wind getragen werden in mein regal das wind debakel der ps4 ist ja in dem sind ein debakel weil die ps4 manchmal dadurch irgendwie also aber schockiert mich ja doch dass kein für die kamera ich dachte sie wären standfuß mit bei gewesen nein aber gestern bei amazon gesehen dass man diesen standfuß separat kaufen muss oder für 16 oder 90 ja da habe ich irgendwas gesehen die wollen auch für alles geld haben ja das ist wohl wahr aber ich denke mal man kann es weitestgehend noch so ertragen und wenn nicht dann brauchst du wieder was aus lego ich habe kein lego was ist denn eigentlich aus deiner separaten bauanleitung geworden zum aufnehmen der vita hast du da irgendwie bald wieder gebaut ja das ist das konstrukt ist jetzt fertig gebaut auf meinem tatsächliches bollwerk dass man das gleich verbindet weiß ja das war zwar eine menge arbeit kurz ein anmerk es gibt ja hallo ja es gibt natürlich noch ein anmerk es gibt oder es soll dieses jahr wenn sie es noch hinkriegen die ps4 mit käse und shadowfall glaube nur der konnte nur das spiel war dabei ich glaube ich glaube ich weiß ich nicht doch also sagen wir mal es gibt einen sogenannten wandel mit denke ich jetzt mit zweiten controller genau und die kamera aber glaube ich glaube ich ich weiß es nicht jetzt also ich sage mal so es gibt ein wandel mit der ps4 und hier so schnell voll und der kammer habe ich mich jetzt nicht täusche die werden aber wohl nichts erst kommen man ist noch nicht sicher aber was ich sehr interessant friende für die leute die sich für die gente entscheiden oder gerade auch sind wie der homie mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mmm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm was mich sehr überrascht hat da so noch mal ein battle kommt mit der vita zusammen also die ps 4 mit der vita und das soll auch anfang nächsten jahre sein ich bin sehr gespannt die hat sich das Cost signed sie ist ausgegangen und ich war Ich war nicht dabei. Scheiße. So, guck mal, wie sie mich anlächelt. Sie leuchtet, sie leuchtet. Sie aktualisiert jetzt. Ja, das werden wir natürlich sehen, aber man soll ja nicht alles.